Servus miteinander, der 5. Dezember ist heute. Die Auflösung von gestern ist noch offen. Welches Lied von uns wurde auf Spotify am meisten gehört? Natürlich ist es der Haberfeldtreiber. Die Frage des Tages ist heute, welches Getränk gab es beim meisten Ski Video? Mit was haben wir denn da angestoßen? Mit einem Maiselsweißbier oder mit einem Jägermeister? Zu gewinnen gibt es heute ein Maiselsweiß-Fanpaket mit einem Maiselsweiß-Probierset und mit einem Maiselsshirt, also viel Glück!